Musik Kennen Sie das? Ich mach's mal auf für Sie. Oh, sehr schön. Eine smarte Glühbirne und natürlich mein smartes iPhone. Wie hängt das beides zusammen? Das fragen Sie sich als Blitzdenker mit Sicherheit. Ich frage mich das auch. Und vor allen Dingen, wie hängt das mit uns mit dem Maschinenmode zusammen? April, wissen wir alle, Standardtermin, die Hannover Messe steht vor der Tür. Obama wird kommen und ich weiß heute schon, er wird mit Sicherheit in der Halle 8 landen. Warum in der Halle 8? Weil da trifft die amerikanische Industrie 4.0 Welt nämlich auf die europäische Industrie 4.0 Welt. Und wir haben uns im Team etwas sehr Feines für Sie überlegt, nämlich eine sogenannte Expedition in der Industrie 4.0 Welt zum Stichwort smarte Produkte. Welche smarten Produkte, welche Ideen haben Sie denn dazu? Haben Sie eventuell schon smarte Produkte oder fragen Sie sich, wie viele andere auch, smarte Produkte, was ist das überhaupt? Und genau deshalb haben wir was sehr, sehr Interessantes für Sie entwickelt, nämlich Hashtag Expindu 4.0. Und wer uns da erwartet und wo wir überall hingehen werden, anlässlich der Hannover Messe, lassen Sie sich überraschen, klicken gleich in diesen Hashtag Expindu 4.0 Beitrag in meinem Newsletter. Und ich kann nur sagen, es sind grandiose Firmen dabei, die uns im wahrsten Sinne des Wortes erwarten. Ich möchte Ihnen übrigens gleich einen Tipp geben. Wir haben leider nur 15 Plätze zur Verfügung. Mehr geht einfach nicht, weil wir wollen Qualität produzieren und natürlich keine Mastenabfertigung. Und eins kann ich Ihnen auch verraten, Herr Sandfoss vom VDMA wird auch mitgehen. Also, ein großes Motiv, sich anzuschließen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, as soon as possible. Klicken Sie einfach rein, melden sich an. Ich freue mich, Sie dann auf der Hannover Messe zu sehen. Bis dann, bleiben Sie neugierig und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.